will immer anderen die Schuld geben. Der entscheidende Aufreger des Formel-1-Rennens in Montreal, Vettel liegt in Führung, Hamilton liegt dahinter. Der Deutsche leistet sich einen Ausflug auf die Grünfläche, mit Folgen. Der Ausraster von Ferrari Stasi Pastian Vettel beim Rennen in Kanada erhitzt noch immer die Gemüter. Nun schaltet sich Ex-Weltmeister Nico Rosberg in die Diskussion ein, und das deutlich. Die ehemalige Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg hat die Schimpftirade von Sebastian Vettel beim Grand Prix von Kanada kritisiert. Das ist unnötig und nicht sehr gut, sagte Rosberg in einer Videobotschaft am Montag. Er hat den Fehler gemacht. Noch während des Rennens beleidigte Vettel die Sturz. Er denkt immer, dass er richtig liegt und will immer den anderen die Schuld geben, meinte Rosberg. Der in Führung liegende Vettel war nach einem Fahrfehler in der 48. Runde im Rasen gelandet und drängte Verfolger Louis Hamilton bei der Rückkehr auf den Asphalt fast in die Mauer. Eine Fünf-Sekunden-Strafe für dieses Manöver kostete den Ferrari-Mann den Sieg. Die Regel besagt, dass man nach einem Ausrutscher sicher auf die Strecke zurückkehren muss, sagte der 33-jährige Rosberg. Es handle sich um eine völlig verdiente Strafe für den Scatterier-Star. Vettel hätte sich seiner Ansicht nach lieber darauf konzentrieren sollen, eine größere Führung auf Hamilton her auszufahren. Der Halpenheimer lag nach der Zeitstrafe knapp 3,7 Sekunden hinter dem britischen Mercedes-Mann. Wenn der Druck teist und es ein Duell zwischen Louis und Vettel gibt, macht Vettel diese Fehler, bemerkte Rosberg. Liebe Leserinnen und Leser, Leider können wir Ihnen nicht zu allen Artikeln einen Kommentarbereich zur Verfügung stellen. Mehr dazu erfahren Sie in der Stellungnahme der Chefredaktion. Eine Übersicht der aktuellen Leserdebatten finden Sie hier. Gerne können Sie auch auf Facebook und Twitter zu unseren Artikeln diskutieren. Ihr Community Team